Warte mal Achso, der Shot of this thing Ah, die Tür ist offen Achso, der Schiff Er ist schlecht Achso, der Schiff Ah, Käferbiss, das will, oh no Teddyböe Okay, jetzt haben wir den hinteren Raum noch und dann können wir weitergehen. Was ist denn das? Griff mit goldenen Apfeln. Okay, Hochzeitskleid. Was zur Hölle, wer kauft denn sich sowas? Was ist denn das? Okay, jetzt müssen wir mal kurz was schauen. Schlüssel und Objekte. Korridor Schlüssel 2F. Ein Schlüssel zum Korridor in der zweiten Etage. Das ist die Frage, ich gebe mir erst mal. Oder haben wir die Drecksviecher gleich weg? Vielleicht sind wir erst die Knarre zu holen, wenn wir so können. Oh! Was ist die Knarre? Dir vertraue ich mir. Ich glaube, da ist dir noch eine Ehe, du Sau. Vielleicht lebst du immer noch. Da steht ein roter Kinderwagen. Oh shit, Pyro might hit. Da steht ein roter Kinderwagen. Da steht ein roter Kinderwagen. Da steht ein roter Kinderwagen. Oh, ich komm da rein. Da steht ein roter Kinderwagen. Da steht ein roter Kinderwagen. Die Musik. Die Musik. Aufgrund der laufenden Revingsarbeiten werden alle Mieter gebeten, die 3. Etage des Geburtes nicht zu betreten. Freundlichen Grüßenverhalten von Woodside Apartments. Ich bin der Grund, die 3. Etage des Geburtes nicht zu betreten. Die haben echt nicht gesehen, dass der Typ schießmütig ist, oder? Ich will mir schon das ganze scheiß Apartment an. Hm? Zwei von Zwei von Zwei von Zwei. Okay, der ist nicht mehr da. Okay, jetzt bin ich gespannt. Wie kann ich eigentlich auf Waffen wechseln, Ausrüstung? Okay. 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 Die Tür war hier keine, ne. Alter. Willkommen nach Hause, ja. Ah, warum müssen wir das jetzt nicht ausdrücken? Hast du den Ausweichen die ganze Zeit jetzt gehämmert? Ich kann dich sehen. Also wenn ich nach links drücke, tut er automatisch... Okay, ist Munition wieder drin gewesen, sehr gut. Eins, wow. Das ist ein guter Kuchen. Der könnte noch... Der könnte nur ein wenig Zuckerguss verdrungen. Hä? Hä? Ist das nicht dasselbe schon? Du denkst bestimmt, ich wäre grausam, aber das bin ich nicht. Du hast dir dein Gefängnis selbst gebaut. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ich habe zugesehen, wie du die Welt ausgeblendet und dich in die Dunkelheit verkrochen hast. Du hattest die Wahl. Ich habe gesehen, wie du sie getroffen hast. Immer und immer wieder. Diesmal wird es nicht anders sein und ich werde wieder hier sein, um zu sehen. Ähm. Das Licht geht an. Oh, ich kann ihn schieben. Oh. Ich kann ihn schieben. Ah, shit. Rechts wo die Dächer die Nacht durchdringen, links wo die Schritte ihn nach Hause bringen. Doch fand er sein Heim, das ihm lieb war und teuer der Fluss auf der Erinnerung führt ihn ins Fegefeuer. Alter Scheiße. Nein, warum? Fuck. Futscher Knopf. Äh, rechts wo die Dächer die Nacht durchdringen. Rechts, links. Ich schritte ihn nach Hause bringen. Kein Objekt. Oh. Äh, rechts wo die Dächerger sind, ist er nicht so schnell zu gehen. Richtig im Stil. Oh. Oh, oh. 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 13 und 7 rechts 13, links 7 ok fuck, zu weit scheiße good stuff here doch fand er sein Heim, das ihn lieb war und teuer, der Fluss der Rennung für den Segefeuer und dann ja 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 je also nee, warte mal, musik vielleicht n eh Das war's. Es gibt aber auch nicht mehr, die wo aufleuchten. Oh, da ist 11. Also rechts 13, links 7. Dann rechts 11. Dann bloß nur Fegefeuer. Dann bloß nur Fegefeuer. Dann bloß nur Fegefeuer. Mal schauen, ob das... Nee, ich muss ja gedrücken, damit's passt. Dann bloß nur Fegefeuer. Was ist das mit Fegefeuer gemeint? Dann bloß nur Fegefeuer. 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 Aber man sieht die schon echt rausstechen, wenn man draufleuchtet oder so. Jetzt muss ich aber langsam. Oh, ist das nervig? Warum finde ich das nicht? Was ist das? Okay, es waren schon 4 Zahlen, war aber falsch. 13, 7, 11. Oh, es waren nur die 3. Warum stehen da 4 Zeilen, ihr Penner? Wow. Was für Penner ey, was soll denn das? Ah okay, er wechselt beim Schlagen automatisch auf das. Was ist denn der Käfer? Da ist der Käfer. Was ist denn da? Es soll ja nicht so leicht sein. Ja. Ah, jetzt kann ich in diese eine Construction Site. Säcke Säcke alter. Ich suche die ganze Zeit nach dem 4. Ding und dann ist es in plus 3. Ah okay, das ist die Stelle. Ich hab mit gesucht wie ein Blöder. Ich hab mit gesucht wie ein Blöder. Ich hab mit gesucht wie ein Blöder. Ich stirb jetzt halt. Okay, da war ich jetzt eigentlich überall ne? Was hab ich jetzt eigentlich bekommen? Die Münze. 201 hab ich den Schlüssel nicht gekriegt? Ah ne, die Construction Site. Stimmt. Wo war die? Scheiße. A3 war ich noch gar nicht. War die bei 1? Äh. Ach stimmt, da ist das mit den Symbolen, die ich finden muss. Was ist das? Ausrufezeichen? Ah, das ist das mit dem Ding gewesen. Mit dem Müllschacht. Aber da konnte ich doch jetzt rein da unten ne? Das war im zweiten Stock auf jeden Fall. Kleiderschrank. Kleiderschrank. Wo ist das mit dem? Ja. 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 Malerweise. Malerweise. Maierweise. Malerweise. 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 der kinder wagen auch das wort ist das ist sehr fragiles schloss es ist gleich auflöst so weiter geht's der dritte und vierte teil davon habe ich schon fertig gemacht damals den dritten ja den habe ich sogar mal abgebrochen den vierten habe ich nie gespielt weil ich habe immer bloß gelesen dass die nicht so gut sein sollen aber da kommt es wahrscheinlich darauf an was man erwartet da gibt es teile? ja da gibt es insgesamt fünf oder sechs stück mittlerweile plus nebenteile stimmt ich glaube da kommt irgendwas runter ich glaube irgendwer fräckt mir gerade weg irgendwo auch Oh, ist der... Oh, you mean the man back there? In the kitchen? I didn't do it. I swear I didn't kill him. It's all right. I'm not saying that you did. Look, my name is James. James Sunderland. Oh, Eddie. Eddie, okay. So, uh, do you live here, Eddie? No. I'm not even from this town. It's just... Something brought you here. Yeah. Yeah, you could say that. I... Well, they came at me. I didn't know what to do, so I ran. I came here. Figured it might be safe, but then I found the guy in the fridge. Easy. Deep breaths. Look. This place, it's not safe. These things and this whole town. There's something wrong with it. It might be best if you just get out of here. Yeah. Yeah, you're right. You want to come with? Maybe together we can find a way out of this town. Oh, sorry, but I can't leave. Not yet. I... I need to find someone. Oh. And, uh, Eddie. Be careful. Yeah. You too. Was ist das? Die Gefangenen im Barf. Geh ich schon mal nur zu springen, ja klar, da bin ich dumme raus, weil der ganze Bagage hier da unten wohnt. Die Zeit wird sein Partner, das Tor ist von 8 bis 19 Uhr geöffnet, außer bis zur Zeit werden sie sich bitte in die Detektion. Da bin ich rausgekommen. Ich glaube im Kinderwagen mitgerissen. Oh mein Gott. Ich glaube ich denke, dass die Super-Sauce rauskommt. Schaust du nicht so an? Oh der kommt sogar so raus. Da stehen sie alle drei von den Pennern. War hier sonst irgendwas außen? Da komm ich nicht raus. Komm ich da in die 101 rein? Oh, falsche Tür. Wieso wir da schön brav da runter sind, damit sie einen nicht stören. Da komm ich wahrscheinlich auch nicht durch. Hey Ladies. Schaust du nicht? Stimmt, ich bin nie dahinter, ne? Weil ich gesagt habe, ich hole erst die Waffe. Und dann... Und dann... Und dann... Alter, wie gleich so ein Rückziehung. Ja! Ich bin zu geizig mit meinen Kugeln ey Oh! Hier geht's oder? Valentine's Day wenden Vier? Warum stand da vier drauf? Fuck Na gut, dann haben wir die Dinger hier angeschaut Ah ja, stimmt Longling? Guten Abend Wieso wird er brav da runter, dass wir noch ne Gruppe bilden? Ja Achso, ja stimmt, da war der Eddy drin Ah Lass gehen wir auf in 3. Stock мой Ich habe irgendwas die ganze Zeit am Auge, alter Das nervt voll Ah, der schmeißt das nach oben, wenn ich auch was speichere. Natürlich. Natürlich. Okay. Okay. Ah, keine Drexel. Nein! Alter, jetzt wär ich fast gefreckt. Hä? Alter, ich bin festgepackt. Das Ding hat mich in die Couch gedrückt. Bisher denke ich schon. Also ich wüsste auch nicht, was man schneiden könnte, ohne alles wegzuschneiden. Gut, dann muss ich das nämlich noch mal machen. Lass mich nicht so verarschen. Wahrscheinlich. Achso, der geht dann da weg. Oh Gott! Sofa lässt sich nicht mehr gehen. Das war das Horrorsofa. Kein Wunder, dass sie hier renovieren wollen. Da schaut sie aus wie sauf. Schon wieder einer. Die werden langsam nervig. Alter, hände mir hier bei vorne. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wie viele von den Scheißviechern sind denn hier? Ich lag falsch, falsch, falsch. Das stimmt nicht ganz, aber ich lag auch nicht richtig. Mal mehr Schichten abziehen, abreißen, bis das Bluetooth vortritt. Ich habe jetzt die ganze Zeit da unten gesucht, aber es ist in mir, es ist etwas in mir. Okay. Okay. Okay, gehe ich mir durch den Schnatter. Können wir gar nichts besseres zu tun. Oh ja. Wie wäre es mit einem Sixpack? Apfelzeug. Ah, damit das Zeug durchfällt. Da war natürlich ein bisschen fort, wenn man weiß. Das muss man machen, oder manchmal gemacht. Ja. 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 Bye. Ja. Ja. Jawohl. Ja. Da geht es nicht weiter. Da liking it Okay. Oh ja, stimmt, da war ja das. Bestimmt Zimmer 201 waren wir ja immer noch nie, ne? Okay, da um die Ecke und die Treppen runter. So. 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 Jetzt muss ich mal schauen, brauche ich fünf Münzen für das ganze Zeug, oder reichen Drei glänzende Münzen, stimmt, fünf Löcher Darin unter dem Baum sitzen, sie sinkt vor sich hin Der Wind, er weht der Markt in den Rücken Wo ist der Wind? Schwert Und dann kam der Mann so edel und schmal mit goldenen Augen im Mondlicht fahl Und in dem Baum sitzt sie Blümelein voller Entzücken Ah ja Und über dem Grab ist Mannes Gesicht, seine Klinge, sie traf die Schlange nicht Die boshafte Beste sieht bis schnell zu, er bettet die Magd zur ewigen Ruhe Auf dich fällt die Entscheidung schwer, wer trägt die Schuld in diesem Meer Was? 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 Okay, Zimmer 201 Das sind lustige Rätsel, so machen Rätsel auch Spaß Wobei das schon ein bisschen einfach war natürlich Aber da habe ich jetzt meistens auch kein Problem Oh Gott! Oh, mein Gott! Eu ... Als wenn Das war doch Frauenstimme. Kamera eckt manchmal gut an, ne? Wow. Hm? Oh, okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt kommt die Putzfrau her Außerweltlich Wobei ich glaube die Lichtstimmung ist im alten glaube ich besser gewesen fand ich Aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher Wow Stimmt ja der hat ein ziemlich großes Messer auch noch Normalerweise Aber das Aufmenschießen war halt auch echt sinnvoll Wehe mir fehlt Munition wegen dir Was sind die Jumpscares? Silent Hill 2 macht nochmal weil es keine Jumpscares Außer halt wenn irgendwo ein Viech um die Ecke steht oder so Bluecracker Apartment 2F Da kam ich her Schau mal wo Alter Der ist geplatzt Die kleine Drecksau- Nein warte ich bin immer noch am Wow Also die sind böse Motileteben Das sah zerstörbar aus Die kurde die sind Die Die Sie Oh, come on, come on. Kleiner Jetzt bin ich schon wieder so verletzt, Alter Scheiß Dinger, ich muss doch vielleicht mehr mit Munition verwenden Der Mottenmann, ich komm nicht nahe Oh, wie er das dann auch aufschreibt Ist mir vorher gar nicht so aufgefallen Ah, ein Speicherraum, sehr schön Henry hat Angst vor Scott, er flieht und sucht das Weide Er flieht ganz flink nach Westen, auf die andere Seite Doch Mildred kommt zu ihm, leer ist ihr Gesicht Scott liegt ganz flach da, sah ihr Abstieg nicht Oder sah ihr einen Abstieg nicht Der fehlt halt Uhrzeige Ah ok, Scott Er ist doch ein schöner Hinterhof mit lauter Käfigen und Rost und viel Schmodder Ich bin gespannt, ob wir da oben reinkommen Oder ob das einfach nur so ist Die Creole Ingedreht 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 Vielen Dank.